Hallo und herzlich willkommen zum Maimark 2007. Der Maimark 2007 wurde heute früh eröffnet mit einem Rundgang des Ministerpräsidenten Günther Oettinger in dem Maimark-Festzelt und einem anschließenden Rundgang. Hier einige Impressionen vom Rundgang mit dem Ministerpräsidenten Günther Oettinger vom Maimark 2007, der sicher auch als Zeichen des Impulses gewertet werden kann, dass es mit Mannheim und in der Metropolregion Rhein-Neckar, aber auch mit dem Land Baden-Württemberg aufwärts geht. Das Radio ist dieses Jahr besonders stark. Der SWR ist sozusagen doppelt vertreten. Wir machen nämlich dieses Jahr das erste Mal das Maimark-Radio auf der Frequenz 94,6 Märkten, dem ganzen Maimark-Land, jeden Tag, 10 Stunden Programm und produziert wird das Maimark-Radio von unseren SWR-Volontären und den Auszubildenden, den Jugendleuten, die Mediengestalter werden, die die Journalisten werden wollen. Und das ist wirklich stolz. Wir sind stolz auf euch jetzt schon am ersten Tag und besonders stolz sind wir heute auf euch, wenn der Maimark rum ist und dann kriegt ihr mit Sicherheit ein dickes Wattes Lohn. Guten Tag der Maimark, dem Oberbürgermeister und dem Ministerpräsidenten, also unseren Ehrengästen heute hier. Wirtschaft ist in diesem Fall ein sehr wichtiges Thema für Sie, Herr Oberbürgermeister, aber auch für den Ministerpräsidenten eines Landes, das zusammen mit Bayern ja an der Spitze in Deutschland steht. Herr Höttinger, was können die Baden-Württemberger besser als die anderen Bundesländer? Wir hatten keinen Grund zur Arroganz, aber unsere Arbeitnehmer sind im Beruf nicht nur einen Job, sondern sind motiviert. Viele Unternehmer sind standorttreu und dann haben wir eine Fähigkeit, dass wir Ingenieurkompetenz nachweisen. Das heißt, tüfteln, forschen, neugierig sein ist die Eigenschaft der Schwarzwälder, der Grubfelser, der Schwaben, die Eigenschaft der Baden-Württemberger. Deswegen mit guten Ideen haben wir Produkte, die weltweit einmalig sind. Die sehen wir auch hier auf dem Maimarkt. Und deswegen haben wir auch in Zukunft alle Chancen, wenn wir unsere Kinder gut ausbilden, bleibt Baden-Württemberg vorn. Und nun ist die Kupferals ja über viele Jahre hinweg ein wenig als das Aschenkugel angesehen worden. Im Ranking im Neuesten, das wir erfahren durften, steht diese Region, steht besonders die Stadt Mannheim, jetzt sehr viel besser da. Herr Wider, sind die Mannheimer, sind die Kupfer jetzt noch besser geworden oder haben sie sich noch besser verkauft? Also zunächst einmal haben wir natürlich alle Anstrengungen hier in der Kupferals oder, das darf man sagen, in der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Und auf diesen Titel sind wir stolz. Wir, wenn ich sage wir, dann meine ich Wirtschaft, dann meine ich Wissenschaft, dann meine ich Politik und viele mehr, haben alle Anstrengungen unternommen, über Jahre hinweg den Strukturwandel zu bemeldigen. Wir waren mehr betroffen von dem Strukturwandel der Wirtschaft als viele andere Räume in der Bundesrepublik. Ich sage immer, bei uns hat man das Wort Industrie geschrieben, da wussten andere noch gar nicht, wie man es buchstabiert. Deshalb haben wir in dieser Stadt auch erfahren, was Industriewandel heißt. Und das durchzustehen, das war eine Herausforderung. Wir haben das Problem nicht nur beklagt, beschrieben und bejammert, sondern wir haben gehandelt gemeinsam und der Erfolg stellt sich ein. Und darauf dürfen wir gemeinsam stolz sein. Und was in dieser Region zu Hause ist, das kann man an der Anerkennung als europäische Metropolregion, das wird man nicht schenkt, das muss man sich erarbeiten, dazu muss man die Kompetenzen nachweisen. Und wenn wir in dieser Zusammenarbeit weiterfahren in der Region, dann ist das auch möglich, was unser Ziel ist. Eine der attraktivsten Regionen Europas im Jahr 2015. Ich bin davon überzeugt, wir schaffen das. Dazu braucht man aber bei aller eigenen Anstrengungen sicherlich auch Hilfe. Hilfe der Landesregierung. Welche Hilfe, Herr Röttinger, bieten Sie an? Mannheim ist die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Eine Stadt der Hochschulen, der Wissenschaft. Das heißt, das erste Angebot heißt, die Uni, die Hochschulen, die tertiäre Bindung, die Forschung. Das zweite ist, dass wir im Bereich der Bildung, der Betreuung und der Erziehung gut zusammenarbeiten. Von den kleinsten Kindern über den Kindergarten, zur Schule und den allgemeinbildenden, recherführenden Schulen, den beruflichen Schulen. Das dritte heißt natürlich Infrastruktur. Wir brauchen jetzt die Umsetzung von der Trasse Frankfurt-Mannheim und dem Hauptbahnhof Mannheim, damit diese Verkehrszentrale, diese europäische Verkehrszentrale Mannheim leistungsfähig bleibt. Dann haben wir mit Sicherheit, im Bereich der inneren Sicherheit, viele Aufgaben. Unsere Polizei, die Eräuterung des Polizeigebäudes, Änderungsmehr. Und last but not least unterstützen wir den SVR, wenn er in Mannheim ein gutes Studio behält. Mit guten Köpfen, mit viel Programm. Wenn er aus Mannheim für ganz Baden-Württemberg, für Hessen, Verein und Abfalls berichten kann. Das tun wir hier im Internetstudio sicher in den nächsten elf Tagen. Wir bilden aber auch aus im Mainmarktradio. Also der SVR zeigt in Fortsetzung der Woche, Kinder sind unsere Zukunft Jugendliche, auch unsere Zukunft Tierflagge. Ich will noch eine Bemerkung machen, weil mir das wichtig ist. Und ich sage das an Ministerpräsident Oettinger. Ich meine aber auch die Ministerpräsidenten Teufel und Spät dabei, die ich ja alle im Amt erlebt habe. In all den Jahren der Bewältigung des Strukturwandels war das Land Baden und hat das Land seine Verantwortung auch wahrgenommen, die es für diesen großen Wirtschaftsraum in Baden-Württemberg hat. Und wir müssen dieses auch in Zukunft gemeinsam so fortsetzen. Land und Stadt und Region sind gemeinsam verantwortlich für die Qualität, für die Lebensqualität in unserem schönen Land Baden-Württemberg. Und insofern sage ich Dank für die Vergangenheit, aber auch schon das, was in Zukunft jetzt sagt, derjenige, der in ihrem Amt nachfolgt, mit der Landesregierung zu besprechen haben, dass auch dieses so erfolgreich sich fortsetzt, wie das in der Vergangenheit erfahren hat. Der Mainmarkt als Spiegel der westdeutschen Wirtschaft. 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 Die sind aber sehr schön, Herr Lehrlinge. Wir haben mal den Setzerpart. Aber wir müssen uns sagen, wir müssen ein, zwei, andere. Setzerpart, dann können wir ein, für die Setzerpart. Wassertür, alles sehr gut. Wenn es Ihnen zu warm ist, wird es noch reingehen. Dann haben wir eine Vermittlung. Da vorne nachgebildet. Zwischendrin finden Sie noch originalen Steine, von Rosenkarten und vom Schuss. Wir würden zwischen den Setzerparten, die hierher gekommen sind. Schweißen, die sind. Und dann gibt es eine Bezugungsarbeiterei. Und jetzt, ja, auf die Gesellschaft in der Sammlungspolitik. Alles, was dazu gehört. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Verehrte Handwerksmeister, und Meisterinnen, liebe Mitarbeiter, meine Damen und Herren. Dieses Feld strahlt Mut mit der Kultvertrauen aus. Wer ist selbst aufbaut, der hier diese Tische einrichtet, der die Produkte, Bau-, Ausbaugewerbe, Flächereiwesen, Flitzgereiwesen darstellt, der hat für Sie und in Zukunft etwas vor. Und deswegen wünschen Sie Landwerken in Mannheim, Baden-Württemberg, dass Sie erfolgreich sind. Mit Handwerk, das scheinbar Wollen in Boden hat, wird man nicht reich. Aber zufrieden kann man damit leben. Sie haben eine kalte 30-Stunden-Woche, eine 60-70-Stunden-Woche. Und deswegen wünschen Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen sehr, ständig. So sehr Baden-Württemberg und Industrie-Gruppe geprägt ist. In Wahrheit haben wir mit Widerstand, Handwerk und Handel unsere Grundlage für Arbeit, für Beschäftigung und für sozialen Wohlstand. Ihnen, lieber Präsident, danke ich besonders, dass Sie ein guter Ratgeber der Politik sind. In der Stadt und im Land. Sie haben ein Ehrenamt. Es kostet viel Zeit. Sie waren alles gut, engagiert. Sie sind konstruktiv, auch kündig, aber immer positiv. Sie wünschen Ihnen Gesundheit und in diesen Tagen möglichst viele Besucher im Zelt und Handwerker und möglichst viele Aufträge, die von hier ins neue Jahres gehen. Forn es смотрится immerhin, ich kenne dich nicht aufdetus. Nationalhym認識 Andrea Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020